Guten Morgen ihr Lieben, heute möchte ich euch meine Morgenroutine zeigen und das geht natürlich direkt mit dem Aufstehen los. Eigentlich stehe ich um 6.30 Uhr auf, aber heute ist es sechs, weil ich meine, ich musste mich ja reinlassen, Kameramann und ehrlich gesagt ist das nicht die Uhrzeit, wo ich gerne anfange zu drehen, aber so ist es halt. Ich habe mir schon ein Mikro angesteckt und ich habe schon meine Haare hochgesteckt. Das ist nämlich das Erste, was ich morgens mache. Also nicht das Mikro anstecken, sondern meine Haare hochstecken. Und ja, jetzt erkläre ich euch ein bisschen, wie ich den Tag beginne und zwar den normalen Wochentag montags bis freitags. mit den Kindern. Na dann, guten Morgen. Herrlicher Tag heute. Das finde ich immer das Schöne am Sommer, dass es einfach morgens gleich hell wird. So, anders als die meisten Leute mache ich jetzt mein Bett nicht sofort, weil sich in so feuchtem, guten Morgen Bettklima die Milben so schlagartig vermehren können. Deswegen habe ich mir was ganz tolles angehöhnt. Ich werfe mein Bettzeug einfach auf den Boden und mache mein Bett hinterher. Und jetzt gehe ich runter und bereite das Frühstück für die Kinder vor. Diese Sachen hier, diese Sticks, das habe ich abends schon vorbereitet und heute werde ich, obwohl ich euch ja eigentlich meine normale Morgenroutine zeigen möchte, werde ich kein Brot schmieren, wie ich das sonst morgens mache, weil der liebe Micha für mich beim Bäcker war und mir heute Morgen schon was mitgebracht hat für die Kinder. Die Kleine braucht noch keine Snackbox. Die ist einfach noch in der Kita, da nimmt man noch nichts mit. Und jetzt mache ich die Snackboxen für die Mittlere und den Großen. Die habe ich auch schon am Vortag gemacht. Meine Kinder finden das total toll, ein Ei in der Schule zu haben. Und deswegen stopfe ich das jetzt auch noch in die Snackbox. Wie ihr seht, bin ich keine Mutter, die da komplizierte Snackboxen herrichtet, sondern es ist relativ simpel. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Meine Kinder bekommen ganze Früchte mit. Ich schneide sie nicht für sie. So, jetzt habe ich das Frühstück für die Kinder hingestellt. Das ging auch relativ schnell. Eine Sache von 60 Sekunden. Und jetzt, Micha, gebe ich dir Kaffee. Und auch für dich habe ich ein Ei gemacht. Und ich gehe jetzt die Kinder wecken. Es ist kurz vor sieben und mache sie dann fertig für die Schule. Ich werde mit ihnen frühstücken. Beziehungsweise, wenn die Kinder am Frühstück sitzen und frühstücken, esse ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu früh. Aber ich mache dann immer folgendes. Ich versuche einen Liter Wasser zu trinken. Habe ich mir so angewöhnt, wenn ich morgens bei den Kindern bin. Weil dann habe ich schon mal ein Grundstock an Flüssigkeit. Und das ist ja gerade in der Schwangerschaft total wichtig. Und dann drehen wir weiter. Micha, für dich. Ich bin oben. Ciao. So, es ist kurz vor acht. Die Kinder sind auf dem Weg in die Schule und eigentlich an, ich sag mal, zwei von fünf Tagen würde ich mich jetzt nochmal eine Stunde hinlegen. Ich bin nämlich total müde und erschöpft einfach während der Schwangerschaft. Aber keine Angst, heute lege ich mich jetzt nicht eine Stunde hin, sondern beginne meinen Tag zusammen mit euch. Als erstes muss ich natürlich das Bett machen. Und ich hasse Bett machen. Und während es jetzt durchlüftet, gehe ich duschen und in zehn Minuten wieder da. Geduscht und Zähne geputzt habe ich. Und jetzt geht es ja darum, in der Schwangerschaft wirklich jeden Tag den Bauch zu pflegen. Und idealerweise diese Zupfmassagen zu machen. Das wird natürlich jetzt etwas schwerer mit den Massagen, weil der Bauch ist schon sehr, sehr hart und straff. Und eigentlich versuche ich auch immer ein Öl zu nehmen. Aber da ich mich jetzt gleich anziehe, nehme ich eine Creme. Es ist eine reichhaltige Creme. Man kann da wirklich jede Creme nehmen, die irgendwie jetzt nicht straffend ist, sondern die wirklich viel, im besten hohen Fettanteil hat. Und damit, das nimmt auch wirklich ein paar Minuten jeden Morgen in Anspruch. Denn ich möchte keine Schwangerschaftsstreifen haben. Besser wäre Öl, wie gesagt, aber da ich mich gleich anziehe und das Öl einfach nicht so schnell einzieht, muss ich jetzt eine Creme nehmen. Und dann merke ich auch schon das Baby. Also der Kleine. Ich kann merken, dass hier der Po ist. Also dass er wahrscheinlich so mit dem Po in die Richtung liegt. Und bevor ich mich jetzt anziehe, mache ich noch ein paar Minuten mein tägliches Sportprogramm. Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. chocolatensische Talk. biternachen tib castle tib Das war jetzt wirklich die Kurzvariante, aber ich merke, ich bin sofort besser drauf und ich kann nur an dieser Stelle nur jedem den Tipp geben, morgens so ein paar kleine Übungen zu machen. Das ist ja nicht zeitaufwendig. Ich habe jetzt nicht mal zehn Minuten gemacht, ich glaube es waren sieben oder acht und ja sofort ist die Laune einfach besser und das tut gut. Jetzt gehe ich mich anziehen und vor allen Dingen schminke ich mich und dann sehe ich auch so aus, wie ihr mich eigentlich kennt, denn normalerweise bin ich nicht ungeschminkt vor der Kamera. Ich habe jetzt eine dicke fette Schicht Sonnencreme im Gesicht, weil ab Februar, März sollte man auf jeden Fall in der Schwangerschaft Sonnencreme benutzen, wegen den Pigmentflecken, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. So, die habe ich jetzt im Gesicht, auf den Händen, Knien, Ellbogen, Schultern und wenn ich jetzt ein YouTube-Video drehen würde, würde ich mir jetzt auf die Sonnencreme eine dicke Schicht Make-up klatschen. Aber da wir ja jetzt nur eine Routine-Video machen, lasse ich das. Ich mag nämlich Make-up im Gesicht gar nicht, stattdessen decke ich nur meine Unreinheiten ab. Und davon habe ich ja zurzeit relativ wenig, weil ich schwanger bin. Wobei, oh Gott, manchmal habe ich auch relativ viel, obwohl ich schwanger bin. Das wechselt leider total. Und deswegen mache ich jetzt hier nur ein bisschen bei den Augenringen und bei meinen ganzen kleinen feinen Pigmentflecken, die ich ja überall habe. Aber Leute, guckt euch von mir bitte nicht ab, wie man sie schminkt. Da sind andere für zuständig. Ich bin da eher die Kategorie, ich weiß nicht wirklich, wie es geht. Ich mache es einfach so ein bisschen. Ich finde so ein bisschen Concealer macht immer ganz schön was her. Rouge finde ich genauso wichtig wie Concealer. Und eigentlich sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen, denn ich mache nur noch was auf die Lippen raus. Ähm, ein kleines bisschen. Fertig. Und seid mir jetzt bitte nicht böse, dass ich euch jetzt nicht tausend Produkte vorstellen kann und euch genau erklären kann, wie man sich schminkt. Ich wette, das weiß wahrscheinlich jeder einzelne von euch besser als ich. Denn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht YouTube mit euch drehe und mir ganz viel Make-up ins Gesicht mache, dann brauche ich nur Concealer, Rouge, irgendwas auf die Lippen und Wimpern. Klar könnte ich mir jetzt die Wimpern tuschen, aber meistens bin ich dafür auch zu faul. So, jetzt ist es kurz vor neun und wir gehen jetzt zusammen zum Frühstücken. Aber nur ein kurzes Frühstück, okay? So ein Katzenfrühstück. Mein Frühstück wechselt zurzeit beinahe täglich, deswegen jetzt heute Morgen habe ich total Lust auf Erdbeeren und Kefir. Und falls sich jetzt der ein oder andere von euch fragt, warum ich noch keinen schwarzen Tee mit Milch und Honig getrunken habe, kann ich die Frage beantworten, weil meine Teebeutel alle sind. Und ich muss sagen, ich leide sehr darunter und habe auch echt überlegt heute Morgen, ob ich nicht das Video unterbrechen sollte, schnell irgendwo hinflitzen und mir Teebeutel kaufen. Weil es ist schon eine Herausforderung als Tee-Junkie, ohne meine Dosis schwarzen Tee hier ein Video mit euch zu drehen. Aber ich habe es geschafft. Vielleicht ein kleines bisschen grummeliger als sonst. Könnte sein. Könnte am Tee liegen. Egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So in etwa ist die Morgenroutine. Ja, ich verabschiede mich von euch. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.